Was war das? Du? Er ist oben. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute in Edgefield Street House. Würdest du auch Hallo sagen? Hallöchen. So, unsere optionalen Ziele sind Kerze ausblasen, Sanity-Wert unter 25 und ein Geiste-Event brauchen wir von Carlos Jones. Nur auf Personen zu antworten, die alleine sind. Der antwortet nur Personen. Ah, ich bin in der Zeile, da rutscht er gerade ein bisschen durcheinander. Haben wir Personen dabei? Müssen der Strom passen? Hier ist der Spiegel hier schon mal. Strom ist in der Garage. Den Spiegel, den habe ich schon gefunden. Der war fluchten Gegenstand. Ich glaube, ich bin eine Person. Das heißt, der müsste auf mich antworten, ne? Mir? Auf meine Wenigkeit? Eine Kerze steht in der Stube. Can't lieb dinner. Oh, jetzt gehen wir in der gleichen Ecke suchen. Hier, 15 Grad. Ich guck mal oben. So, und du willst sowas einkochen wie Nudeln mit Soße? Ja. Ist doch nichts anderes wie, äh, das, was du kaufen kannst. Aber wird das nicht voll... Meinst du, wie die... Aber werden die Nudeln nicht voll matschig? Ja, wie die eingekochte Kacke, die man aus den Dosen holt. Richtig. Ja, was, äh, du isst alles wie Durchfall. Das muss alles voll wabbelig sein bei dir. Ey, ich esse das altersgerecht, ja? Das ist freundlich für die Zähne. Altersgerecht, ekelhaft, ey. Das ist ja nur mal für einen Notfall, falls was ist und man schmeißt es nicht weg. Die Kinder essen das. Ich sag jetzt mal sowas wie Gemüse oder so. Das muss richtig weich gekocht sein, ja? Ja. Das musst du vom Prinzip durch einen Strohhalm schon essen können. Ja, 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 das kann man auch einkochen. Hier sind 9 Grad, 8 Grad. Und wo bist du? Auf der Kellertreppe. Oh, denn... 6 Grad. Dann ist er vielleicht im Keller. Ne, da war ich ja gerade. Wir könnten im Spiegel gucken. Oh, hier im Blur, er ist im Blur einfach. Ja, dann muss er hier wandern. Ja, ich hab hier vorne, hab ich 4 Grad. 5, ja, ist ja easy. 5. Der wandert, glaub ich. Ähm. Ja, oder auch so, so, hier 3 Grad. Aber auch Soßen kann man auch perfekt einkochen. Einfrieren. Na, warum man's wegschmeißt? Naja, warum nicht, ne? Platz haben wir ja. Fast. Das Regal... Das Regal wollte ich ja eh einmal nochmal sortieren, dass das Katzenfutter nach ganz unten kommt. Damit man denn mehr Platz hat. Die brauchen jeden Tag Essen, da muss ich mich ja ständig pücken. Na und? Kannst in die Knie gehen, machst das wenigstens richtig und machst was für deine Figur. Die können Mäuse fangen. Ja, beim E-Center war richtig knapp mit Butter. Die eine, ähm, dieses, ich weiß nicht, ob das das, ähm, teure Zeug war. Äh, das war komplett leer. Das schmeckt ja auch gut. Äh, das war leer. Ich esse das auch gern. Äh, äh, Gefriertemperatur. Auch im Flur jetzt, ja. Ja, hier, wo ich stande gerade. War, ne, minus zwei, ja. Okay, ich hab hier gar keinen IMF ausschlagen. Äh, und dann hab ich ja unsers geholt. Da war nur noch eine mit Fisch. Ich glaub, insgesamt waren, glaub ich, nur noch fünf Paletten. Okay. Und ich hab ja schon zwei mitgemacht, äh, drei mitgemacht. Ich hab jetzt ein Kreuz schon mal reingebracht. Minus zwei, drei. Das fehlt noch. Das Buch fehlt noch. Und wir könnten ja noch eine Kamera aufbauen. Der Flur ist ja groß. Wie hieß der? Carlos. Minus drei. Wenn ich an Carlos denke, dann muss ich an so eine Krokain-Plantage denken. Hm. Hup. Verschock ist mir die Kamera runtergefallen. Minus vier. Meint hier irgendwie drinnen zu sein. Oh ja. Ja, die Jacksons meinten, die haben die meisten, äh, paranormalen Phänomene an der Kellertreppe. Äh, ne, hier in dem Raum, wo du grad die Kamera reingestellt hast. Ist alles ständig gefriert. Ja, sechs, minus sechs. Ja, hier haben sie auch gesagt, hier ist am schlimmsten. Also hier ist noch schlimmer als die Kellertreppe, haben sie gesagt. Ja, hier muss der drinnen sein. Aber ich hab hier auch kein IMF. Minus sieben waren IMF. Ja, aber dann hat der kein IMF wahrscheinlich. Na gut, er ist ja auch absolut gar nicht aktiv bis jetzt, ne? Carlos. Auch nicht. Ja, wir sind ja auch zu zweit. Achso, der reagiert ja nur auf... Ja, aber du bist ja ständig alleine, wenn ich da... Minus acht. Neun. Sieben. Man wandert anscheinend. Hat du dich verlaufen? Weißt du, was man wirklich so einkochen müsste? Hä? Fleisch und Pizza. Pizza einkochen. Pizza kannst du einfrieren. Und Fleisch auch. Wenn man Schokolade einkocht. Ist doch doof, oder was? Das hält sich doch. So. Carlos, schreib ins Buch. Katerkahl. Ist aber ziemlich chillig, der Typ. Man kann gar keine Orbs sehen, ey. Ja, wir haben jetzt... Ja, gut. Die Kamera ist vielleicht ein bisschen dicht dran, ne? Und die steht vielleicht auch ein bisschen suboptimal. Äh, wir gucken voll die Klappe hoch. Ah, ich nehme mal noch eine Kamera mit. Ich fix das mal eben. Fix mal. Man nennt mich ja nicht umsonst. Camboy Silver. Im Fixer. Warte auf. Dann packen wir eine nach... Nach vier. Was denn? Naja, das warst du, glaube ich. So ein... Hm? Egal. So, die andere packen wir jetzt so. Und die hier packe ich... Oh, Gefriertemperaturen. Hä? Die packe ich so. Aber wie geht die denn jetzt? Äh, zwei sind auf Beheizung hierweils. Ja, sehe ich, Farbe. Und eine ist jetzt direkt an der Eingangstür. Man sieht den aber nicht. Man sieht auch keinen... Okay. Kannst du das umstellen auf Nachtsicht? Die ja. Was machst du denn da? Hör mal auf. Sag mal. Das ist die Haustür. Ja, das sehe ich auch. Danke dafür. Das ist den Flur runter. Ja, nimm mal deinen Schädel da weg. Das ist der Wellen. Genau. Die konnte ich eben nicht umstellen auf Nachtsicht. Ich konnte das sehen. Ja, bestimmt irgendwelche Verbindungsprobleme und äh... Aber man sieht nix. Aber man sieht nix. Kein Ohr... Ja, nischt. Dann ist bestimmt Buch und Box oder so. Wo ist das Buch? Wo ist die Box? Äh... Äh... Zwei Bücher sind drinnen und eine Box. Aber wir haben ja noch die Möglichkeit der Fingerabdrücke. Schreib ins Buch. Wo ist denn hier der IMF? Äh... Liegt er auf dem Boden? Ja, wo denn? Äh... Ne, liegt auf dem... Äh... Auf der Kommode. Hä, wo denn? Hier. Zwei. IMF zwei. Handy ging auch? Nur hier vorne in der Ecke. Ja, das... Geh doch mal. Nicht ins Buch geschrieben. Schreib ins Buch. Ja, warte. Ich packe das auch auf den Schrank. Da hatten wir ja IMF. Okay, Carlos. Schreib ins Buch. Sprich mit uns. Sprich mit uns. Gib uns ein Zeichen. Gib Jasmin ein Zeichen. Oh, ne Maut. Ne, ein Hund. Sieht aus wie ein Waschbär. Ob es hier auch eine Kappel gibt? Oh oh. Achso, der Schrank geht ja nicht auf. Da war ja was. Klemmt. Okay, hier gibt es keine Kartoffel, so wie es aussieht. Ne? Ne. Du bist bestimmt nur in der einen Küche, wa? Ja, scheinbar nur auf der einen Map. Der geht nicht auf. Kühlschrank geht auch nicht auf. Irgendwas muss er doch mal hier machen. Der macht ja gar nichts. Ja, Carlos, du machst ja gar nichts. Muschi. Ey, der Boy ist so silent. Keine Orbs, keine Orbs, gar nichts, ey. Ja, das wundert mich auch. Ich glaube, wir haben den falschen Raum. Ne, wir hatten ja IMF da hinten. Der Ball hat sich bewegt. Ja, IMF geht auch schon wieder los. Ich geh mal gucken. Der hat den Ball gerollt. Hat der Finger drücke? Der Ball? Ja. Äh, keine Ahnung. Ich hab keine Finger, allerdings mit. Alter, dein Ernie. UV-Lampe. Aber hier die Kennertür. Wenn er dich beeilt, können wir die noch abchecken. Alter, das ist ja. Oder. Interaktion. Hm, keine Finger drücke. Ich lasse euch mal kurz alleine. Ein bisschen Zweisamkeit. Vielleicht ist er ja dann ein bisschen gesprächiger. Ich meine, es kann ja sein, dass er schüchtern ist, wenn wir ihn jetzt so im Rudel überfallen hier. Keine Fingerabdrücke. Kein Geister-Event. Nix. Nada. Noch. Niente. Niente. Ich drück die ganze Zeit G statt F. Gar nix zu sehen da. Okay, ich nimm schon mal ne Kerze mit rein, ne? In deinem Wohnzimmer ist ne Kerze. Ich hab nen Denkfehler gehabt. Ich wollte die Kamera mitnehmen. Ähm. Aber sobald ich die Kamera, äh, sobald ich die Kerze mit nach draußen nehme, es regnet ja. Ist die Kerze aus. In deinem Wohnzimmer ist auch ne Kerze. Ja. Hier, dann hab ich sie jetzt romantisch gemacht. Keine Leid. Geisterjagd in the morning. Ja, ein ziemlich stitter Typ. Der Carlos. Ich bin sowas von lost gerade. Drück hier die falschen Tasten in einer Tour. Warum? Keine Ahnung. Kannst du das nicht mehr, das Spiel? Nee. Ich hab grad ein anderes Spiel gespielt. Hä? Hast du den Ball geworfen? Ja. Und jetzt bin ich absolut überfordert. Ärgerst du ihn, bestimmt. Wieso? Ich spiel ja nur mit ihm. Das kommt ja sonst nix. Guck mal, ich hab schon 60% Sanity nur noch und er hat sich immer noch nicht gezeigt. Ja, irgendwie zeigt er sich gar nicht. Ja. Carlos. Nee, das ist halt nicht so früh, wenn die so langweilig sind, nicht? Nicht mal Orbs, gar nix. Wie nennt man einen Brasilianer, der gerade sein Auto verloren hat? Lost. Carlos. Carlos. Hast du es verstanden? Carlos. Ja, ich hab's verstanden. Tja, war doch geil, oder? Ich lauf später. Was meinst du eigentlich, wie schwer ist so ein Eisbär? Du? Hä? Was schätzt du, wie schwer ist so ein Eisbär? Keine Ahnung. Meinst du, das Gewicht reicht, um das Eis zwischen uns zu brechen? Carlos. Sprich mit mir. Haha, du hast dein Auto verloren. Schreib ins Buch. Ja, schreib deine Daten auf. Kennzeichen, Fahrgestellnummer. Gib mir ein Zeichen. Ja, Führerschein oder sowas. Dann können wir das der Polizei weitergeben. Rede mit mir. Was war das? Du? Er ist oben. Wie erstmal beide rauslaufen. Also entweder hat der oben rum gestampft oder er ist im Keller. Ja, irgendwie, das war gruselig gerade. Ich hab das doch gar nicht gerafft. Ich so, hä? Und dann so, oh Gott. Oh mein Gott. Scheiß Gewitter. Ich verfluche dich. Nee, ich hab das erst gar nicht gerafft. Wollen wir mal wieder rein? Er hat die Kerze ausgepustet. Hat er? Eben gerade. Gut, dann ist er jetzt unten. Aber dann muss der doch eigentlich... Ja gut, der kann... Das ist jetzt auch noch laufen, ey. Nee, der kann ja oben und unten sein. Der Flur ist ja riesengroß, wenn du es so nimmst. Und, wenn der jetzt oben gespawnt ist, dann müsste oben, müssten wir auch den Dots, die Orbs, die... Ja, geh mal umgucken. Ja, kannst du mir helfen, die Sachen hochfragen? Wegen alleine und so? Wir waren gerade beide drin. Ja, aber er antwortet auch Personen, die alleine sind. Nee, wir waren ja gerade beide drin. Und ich hab gesagt, gib mir ein Zeichen. Ja, aber du warst ja ganz weit weg von mir. Hey, bist du doof? Ich stand da... Jetzt komm mit rein. Wir müssen die Sachen hochschleppen. Das geht hier doch nicht. Ja, hier ist nix. Ja, komm mit hoch. Wir sind tot. Ich nicht. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Ich brauch's ne neue Kamera, die hat nur noch zwei Fotos. So, dann schleppen wir alles nach oben. Ist ja kein Problem. Ich geh vor. Er ist durchs Salz gewandert. Hä? Also, jetzt versteh ich aber hier gar nix mehr. Ich denk, der ist oben. Oder kam der aus dem Keller? Nee, das macht keinen Sinn. Der muss oben gewesen sein. Hier ist aber Gefriertemperatur, glaube ich, gerade gewesen. Ja, aber oben doch bestimmt auch, oder? Weil der Keller ist ja wieder ein separater Raum eigentlich. Normalerweise. Da ist ne Tür. Ich meine, die Tür ist da, um Raum vom Raum abzutrennen. Hier oben ist auch Gefriertemperatur. Echt? Sind das die Zwillinge vielleicht? Nein. Die werden viel aktiver. Der ist zu ruhig. Vielleicht ein Meiling oder so. Kannst du jetzt auch mal Sachen mit hochschleppen? Mach ich doch. Hä? Du bist doch nicht mal mehr drin. Bist du oben? Hä? Ey, du Feigling! Hast du mich nicht gesehen, oder was? Nein, und ich denk, wo kommt denn die ganze Zeit der Lichtgegel her? Da hab ich erst gedacht, das ist meine Taschenlampe, aber das ging gar nicht. Wo denn? Äh, ich hab jetzt alles hier hinten, also hier über gepackt. Gepackt, erst mal. Hä? Wo denn? Am Ende des Blurs. Wird ja jetzt ärgerlich. Jetzt müssen wir ja alles umdisponieren. Oh, du hast schon eine Geisterbox? Jo. Warte, ich hol jetzt noch mal, äh, was hatten wir hier noch? Kreuz, Buch, ein Buch ist auch oben, ne? Ja. Aber den IMF können wir mit hochnehmen. Kommst, kannst du, kannst du noch mal mit hochkommen? Hast du schon eine Kamera aufgestellt? Ja. Ich wollte nur mal einmal gucken, ob da überhaupt was zu sehen ist. Ist das die? Ja. Aber man sieht da ja auch nichts. Ne, die steht echt scheiße. Was ist das für ein Geist? Aber was ist das für ein Geist? Vielleicht ist das ja auch ein Crawler. Ja. Na, einer, der über den Boden kriecht. Ja, aber trotzdem muss der irgendwie irgendwas haben. Orbs, ne, ein Buch, irgendwas. Das Einzige, was wir haben, sind Fingerabrücke. Wann hast du die denn gefunden? Äh, Gefriertemperatur. Gefriertemperatur. Sorry. Ich wollte gerade sagen, wann hast du die denn gefunden? Ja, ach, ich weiß es auch nicht. Gefriertemperatur, als du reingegangen bist. Ja, genau. Warst du das? Was denn? Hast du gerade ein Glas abgesetzt? Ja. Okay. Ja, ich weiß es auch nicht. Äh, der Strich geht hoch. Er ist auch unterwegs. Wo denn? Oh ja, unten. Ja. In dem Raum, wo wir erst waren. Ich bin gerade so rausgekommen. Unten, äh, wo die Dings ist. Ja. Die Heizung. Ich hab ihn gesehen. Alter, ich hab mich richtig verjagt. Ich hab richtig Herzpumpen gerade. Ja, aber warum haben wir da keine Beweise? Wir haben gar nichts. Wir haben nichts. Keine Ohr, ist nichts. Nicht mal das. Gefriertemperatur, aber mehr auch nicht, ey. Das ist eine lange Runde, du. Ja. Das ist aber auch ätzend, ne? Ja, weil es passiert ja eigentlich nichts. Man sieht doch nichts. Das ist das, das Doofe. Keine Ohr, nix. K.A.L.O.S. 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 A.L.O.S. Nein. Bist du tot? Nein, bin ich nicht. Deine Kamera war weg. Ich hatte keine Angst. Ich glaube, die Geisterbox ging, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, voll. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, er will mich. Er will mich. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ich bin unwiderstehlich. Hat er jetzt ins Buch eigentlich geschrieben? Nee, weißt du nicht, war? Keine Ahnung. Er will mich einfach. Das muss ja Buch und Box sein. Ja, Buch hat er ja nicht reingeschrieben. Ja, aber was anderes kann es ja nicht sein. Ja, ich habe richtig gerade Pumpe, ey. Mir geht es gar nicht gut. Gar nicht? Ich habe mich so erschrocken. Ja, aber er grabbelt ja auch nichts an oder so. Also man... Nee. Ja. Man könnte den IMF wieder runterholen. Den hätte man jetzt haben müssen eben. Ich gucke mal eben einmal wegen Box. So, was wäre denn noch? Die Zwillinge, der Mimik. Onryo, Morui. Morui, joi, joi. Morui, Onryo. Ja, er toucht halt gar nichts an. Geister-Buch. You can touch my tralala. Und... Onryo... Oh, das schieß ich aus. Die Zwillinge... Ah, IMF. Der Mimik, ja, der Mimik. Es ist hierweil dunkel. Fingertlücker... Aber das glaube ich nicht. Also ich denke, das sind die Zwillinge. 아. Ja. Was hast du denn gehabt eben? Gar nichts, hä? Hier ist nichts gewesen. Aha. Geh du mal rein. Ich glaube, das sind die Zwillinge. Ich guck mal wegen dem Lichtschalter. Der hat gerade eben das Licht ausgemacht. Keine Fingerabdrücke. Fingerabdrücke schließe ich auch aus, weil so oft wie jetzt hier schon was angekrabbelt wurde. Ja. Ich hol mal den IMF. Die Zwillinge hätten IMF. Und Geisterbox. Ja, aber die bin ich mir nicht sicher. Also es kann sein, ich war ja kurzzeitig der Meinung, dass ich die gehört habe. Ja, nimm mich jetzt auch einfach mal so. Aber ich bin mir halt nicht mehr sicher, ob ich mich da nicht vertan habe. Naja, ich denke schon, dass das... Dass ich mich vertan habe, ne? Nein. Dass das die Zwillinge sind, hätte ich am Anfang angesagt. Ja, das sagtest du bereits. Ja, wir haben hier nur diese blöde Geertemperatur, den Kacklicht, was die mal ausmachen. Ja, deswegen Fingerabdrücke fein raus haben wir nicht. Orbs haben wir nicht, Dots haben wir nicht. So, dann bleiben ja nur, äh, Buch und Box. Ja, oder IMF. Und IMF. IMF. Würde ich eher sagen als das Buch, weil da wäre ja schon reingeschrieben worden eigentlich. Ja, deswegen. Da ist Zwillinge. Das erklärt doch unten ein, oben ein. Ja, ich glaube, so funktionieren die Zwillinge aber nicht. Ne, egal. Lass mich das so sagen, wie ich das sage. Ja, ne, du kannst ja... Zu meiner Taktik. Du kannst deine Annahme annehmen, wie du es annimmst. Auch wenn es falsch ist. Ja, ich nehme meine Annahme an, wie ich es annehme. Eigentlich wollte ich mir heute noch eine Salatgurke holen, aber eins noch was bei dem E-Center fand ich dann doch ein bisschen teuer. Aha. Dafür, dass sie eigentlich nur ein paar Cent kosten. Weil jetzt hätte ich mir hier meinen, äh, Frischkäse mit... ...Seelachs gemacht. Was? Aber ich habe noch Paprika. Nimm doch einfach Teichlachs, der ist doch viel günstiger. Mir geht's nicht um Teichlachs, mir geht's um die Gurke. Ja. Ja, ho. Nimm doch einen Apfel. Ich bin kein Apfel. Die machen immer das Licht aus. Mehr passiert ja auch nicht. Ja, man sieht auch nichts. Also ich würde sagen, das sind die Zwillinge. Und das grenzt schon am Mobbing, was die hier mit mir machen. Ne, jetzt mal ohne Flachs. Ich bin kein... ...ängstlicher Typ in sowas, ja? Geisterjagend. Nix. Kacke ich mir nie in die Hose. Ne. Aber die machen mich mental gerade richtig... ...fertig. Also ich würde sagen, das sind die Zwillinge. Ja, ey, wir haben nur keinen IMF, ey. Äh. Äh. Wir haben ja als Beweis nur die Gefriertemperaturen. Ja, mehr haben wir nicht. Ne. Du sagst vielleicht die Box. Vielleicht. Ey, wir spielen schon bald eine Stunde an dieser blöden Runde, oder? Halbe. Hä? Also Fingerabdrücke konnte ich... Also Buch schließe ich aus. Ja, ich kaufe Fingerabdrücke auch. Dots auch, definitiv. Orbs haben wir auch nicht gehabt. Jetzt bleiben noch Gin, Zwilling, Mimic. Ich sag Zwillinge sind. Ah. Es könnte natürlich auch ein Mimic sein, ne? Ne, Fingerabdrücke haben wir nicht. Stimmt. Ja, komm. Let's try it. Zwilling, oder was? Ja, let's try it with Zwilling. Warte! Ich geh mit... Oh, uh, Entschuldigung. Alter. Ich geh mit Zwilling. Ja, ich hab jetzt auch Zwilling angegeben. Okay. Ach, Alter, ey. So, die Zwillinge. Wer hätt's gedacht? Ich. Nachdem ich's gedacht habe. Nein, ich. Du hast es ausgesprochen, nachdem ich's gedacht habe. Und auch nur, weil ich's gedacht habe. Nein, du hast nicht mal dran gedacht, dass du's... Ich hab's leise gedacht, sodass du's laut hören konntest. Das wirst du nicht mal im Kopf. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.